So, wir haben einen Helm. Zwei neue Follower. Das ist ja großartig. Nicht am Spiel. Das glaube ich. Willkommen in der Community. Ich habe einen Helm. Wir wollen sicher sein. Dass es sicher ist. Ich will nicht, dass du es hörst. Nein, Siehle. Ich habe doch einen Topf. Ich will den Topf nicht. Ich habe einen Topf. Können wir den... ... benutzen. ... benutzen. Nimm. Gib. Öffne. Schließe. Gib. Wir müssen es hoffentlich machen. Geben. Oder auch nicht. Gib Topf. Aha. Jetzt. Wir können den Trick machen. Stab gleich hier. So. Wir machen einen Zeitpunkt. Na dann. desto sinnen von vinniger Ron Sieg. Oh, ich bin wirklich überleupt. Ich habe einiges davon gew Hayır. Dann bin ich jetzt vom Skate-frober. Hey, sind Sie不行? Ich bin Bobbin, bist du meine Mutter? Es ist alles gut! Hoher! Wir haben uns verbreitet und finanziellt eine Verbreitung. Hier ist dein Geld, Sir. Nur die Recompense für uns helfen. Die Basis-Teorie ist gut. Wir müssen einfach ein bisschen ändern. Ich versuche es nächstes. Nein, ich werde es nächstes. Jetzt ich! Jetzt ich! Ach die! Was ist das doch hier? Und schon sind sie wieder weg. Meine Zuschauer hat uns die Anzeige gezeigt. Sie sind wieder abgehauen. Na ist ja toll. Das war eine kurze Freude. Ich dachte, ich hätte mal Zuschauer. Mit dem Geld gehen wir ins Dorf. Jetzt müssen wir mehr Geld haben. Und ja. Dann können wir jetzt eine Karte kaufen. Und ein Schwert und eine Schaufel. So der Plan. Oh! Hast du! Bex ist noch da. Ja. Okay. Meine Zuschaueranzeige ist... Ja. Keine Ahnung. Twitch sagt mir gerade, ich habe keine Zuschauer. Okay. Zuschaueranzeige ausblenden. So. Äh. Ich hätte gerne eine Karte. Beide anwesend. Dann liegt Twitch. Bei mir steht gerade nur der Zuschauer. Ja. Tja. Also. Ich weiß auch nicht. Äh. So. Ich weiß auch nicht. Äh. Wir kaufen eine Karte. So. Und jetzt kommen wir da drüben noch. Im Shop. Gemischtwarenladen. Da musst du natürlich öffnen sein für. Ja. Du sagst das. Bex. Plus minus. Toleranz. Ja. Plus minus null Zuschauer. Ja. So ungefähr. Äh. Ja. Ich könnte wirklich eine Spannung benutzen. Du sagst mir. Hier. Geh einen. Bitte. Bitte. Geh den ganzen Rollen. Es wird ein Stück von 8. Was noch willst du? So. Wir haben Pfefferminz. Äh. Ich bin der Schwert und. Oh. Ja. Ich bin der Schwert, die Mele Island. Ja. Ich bin das enfermiert für dieses. Oh. Tolgerlich. Ich werde nichts mehr this timel. Ich versuche. Hm. Ich denke, ich könnte. Hall mich da über die Anprison. Dann wieder. Ich bin gleich wieder. So, dann klauen wir das Schwert und ein Schoffel. Die Schoffel. Ich könnte auch hier einfach, bin ich hier mal zur Vollzung. Wir untersuchen mal die Schoffel. So, den Versuchswert. Ja, okay, wir haben jetzt geht's. About this sword. I want it. Great. Best hundred pieces of aid you ever spent. What else do you want? About this shovel. Yeah, what about it? I want it. I want it. Great. Oh, it'll pay for itself, believe me. Yeah, you'll dig up seventy-five pieces of aid in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Yeah, like I'm gonna fall for that one again. Oh, please. I won't steal anything this time, I promise. Hmm, I guess I could hike all the way over there. Again. Be right back. I've got my eyes on you, weasel boy. Don't try anything. So, ne, die kann man nicht mitnehmen. Okay, da kann man nicht dank. Da kann man eher dank. Keine Tür klauen. Tresor. So, wir haben Verminz. Wir haben eine Karte. Wir haben 204 Goldstücke noch. Protokoll. Fleischhaufen. Fisch. Eine Schaufel. Vielleicht können wir die Schaufel. Vielleicht können wir die Schaufel. Vielleicht können wir die Schaufel benutzen. Mit. 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 رف forum. Devy Jones Locker. The last word in theft fire and grog resistant storage devices. Können wir aufmachen. Davey Jones Locker. The last word in theft fire and grog resistant storage devices. Und das müssen wir auch damit machen können. Davy Jones Locker, das letzte Wort in Theft, Feuer und Grog-resistenten Storch-Devices. Ja, mit der Schaufel, dachte ich, wir können vielleicht aufschaffen. Davy Jones, der einzige Schaufel für serious treasurehunting-Enthusiast. Ich denke, das wird nicht öffnen. Tja, vielleicht... Oh, das ist aufschraubend. Ich denke, dass ich es habe. Das ist keine Karte. Es sieht aus wie... ...Dancing-Lessons. Okay. Zurück 234. Links 234. Rechts 234. Links 234. Rechts 234. Rechts 234. Weg nach unten. Tag zurück. Zurück. Sekunde. Ähm. Das ergibt Sinn. Zurück. 2, 3, 4. Zurück. Links, rechts. Links, rechts. zurück rechts und das ding hier das ist sekunde ich gehe mal kurz raus man geht jetzt ich hab die ich hab den verdacht dass wir damals den tresor öffnen können hey where'd you go I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the sword master who by the way says you can go jump in the lake and when I come back you're gone see if I ever do you a favor again ungrateful little shoplifter what do you want I'm looking for the sword master of melee island yeah like I'm gonna fall for that word again natürlich nicht oh please I won't steal anything this time I promise ganz kalt sagt dann okay ich will es trotzdem versuchen aber jetzt irgendwas müssen wir noch machen während er weg ist das so kommt das spiel das spielmeister ich versuche es trotzdem aber ich denke ich das ist so kurz da muss doch mal ja ich habe euch eine karte die sagt hier dieser artikale sagt mir ich konnte den schalter bitten bewegen muss doch mal ein versuch wert sein zurück links rechts die kann man ziehen zurück links rechts die kann man nicht richtig zurück das ist irgendwas kann was dann an wir mal okay dann kriegen wir noch mal da halt nicht oh i should have known it be you again the sword master says you can jump in the lake what do you want nicht nichts i think i just like to browse hey this ain't no boutique don't take all day na dann hinaus so aha okay vielleicht soll ich würzen ich hätte jetzt erstmal ich würde mal ich wollte gerade mal versuchen vielleicht klappt es auch ungewürzt ich kann es nicht ja ja sekunde uns fleischhaufen jetzt sitzt es können wir noch was können wir noch ein hund verantworten an die hunde wollen was von gewollt dann okay oder mal nicht kann man ihn in beide richtungen drehen dann kann man nicht doch kann man durchziehen doch da hast du was geschrieben durchziehen und drücken okay dann aber du meinst das macht keinen sinn kommt später erst ich würde mal sagen und seltener gelben auch hier irgendwo okay die hunde sollten auf jeden fall müde machen und da den wir brauchen den wir sollen was klauen aus dem haus des governors das ist unsere quest das sollten wir vielleicht mal versuchen schwert haben wir schon das müssen wir noch herausfinden wie wir den SWAT-Meister bezeugen SWAT-Meister das wir gegen kämpfen können sonst ausbildet ich gebe euch die dir wahrscheinlich hier irgendwo da kann ich noch nicht hin die ist die Weg versperrt da waren wir schon du bekommst doch schon Tipps ja Doppeltipps du hast da etwas dabei was du wohl gern hätte so gilt im besten damit Sekunde wir halten den Mund und nutzt das Sekunde Sekunde ja und du kannst nicht vorbei ok wie wärs denn mal mit dem Fisch ah dachte ich es mir wir können durch oh ok ok ab zu den Lichtern oh Stan's previously owned vs äh Stan ist nicht hier den kenne ich schon den Stan ich bin ich bin auf der Welt und die die vor ist die 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 Ähm, benutzen. Sprechen wollen wir nicht. Das hier. Nichts. Jetzt wollen wir drei Goldstücke. Ah, schade. Okay. Als Wet Hering wird in der englischen Sprache sprichwörtlich ein Ablehnungsmanöver bezeichnet. Insbesondere im Pharsel Mobius, To throw someone a Wet Hering. Der Wort wirklich jemanden einen roten Hering hinzuwerfen bedeutet, sind gemäß so viel wie jemanden auf Falschwerde zu locken. Okay, wusste ich nicht. Sehr schön, wieder etwas dazugelernt. Interessant. Du weißt da wohl Sachen. Pecks. Woher weißt du sowas? Ja, ein Wikinger Schiff. Halt. So, irgendwo müssen wir einfach den Stein hier finden. Oh, okay. Dann geht's fort. Stimmt. Das ist gesunken. Ich bin überrascht, dass das noch ein Float ist. Äh, schließe das Schild. Äh, nein. Kann man das Schild nehmen? Nimm das Schild. Wenn ich als Kind dieses Spiel schon gesuchtet habe, dann ist es unnütztes Wissen. Aha. Okay. Interessant. Ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. Also nicht so viel Spillern. Nicht mehr als nötig. Nicht Spillern. Die Curse of Monkey Island habe ich schon gespielt, aber... Das Spiel spiele ich gerade zum ersten Mal. Wir haben den dritten Teil vom ersten Mal gespielt. Ja. Oh, der Swarm Master. Der wird hier wohnen. Kaptain Smirks Big Body Pirate Gym. Preise. Sordentraining. 30 Stück von 8. Ah, sie dürfte ich noch haben. 160 Stück von 8. Balls extra. Grapplinghook. 130 Stück von 8. Hook extra. Okay. Mal rein mit uns. Auf F10 gibt es dir 8 Bits Original Grafik. Ja. Können wir gleich mal gucken. Und dann der Swarm Master? Kann ich da auch wieder zurück wechseln? Wenn wir jetzt nicht auf ewig die Original Grafik kommen. Auch mit Stunden hartes Arbeit und Schmerz und Blut. Ich erinnere mich, sich mit Karla zu Karla in Port Royal. Die lokale Konstanzierung hat uns gebrochen. Sie sahen, als ob wir uns fertig waren. Aber dann sagte sie... Aber ich gehe. Du hast einfach nicht was es braucht. Du hast nicht. Du hast nicht. Na dann. Ich denke, du bist richtig. Okay. Okay. Schauen wir mal. Oh. Ah. Hübsch. Das sieht... anders aus. Was willst du? Das ist ja schön. Können wir das nochmal machen? Ähm. Alles klar. Haben wir das auch mal gemacht. Ja. Alles klar. Alles klar für gebrauchte Schiffe. Ah. Hübsch. Oh Gott. Schau. Dann sehen wir die Unterschiede, wie es hier aufpoliert wurde. Wo finden wir denn den Stan? Den guten alten Stan. Oh. Ja. Sieht doch im Original. Also im alten Look nicht schlecht aus. Der Stan kommt auch erst später. Hm. Na dann. Geht sogar. Warte. Ja stimmt. Die gelbe Blume. Die hätte ich schon vergessen. Im Wald. Wie kommen wir denn hier hin? Ich denke hier werden wir die gelbe Blume finden. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Wo sieht es Blumensdorf? Die Brücke. Zur Gabelung. Oh. Da kann man hingehen. Okay. Interessant. Dann gehen wir mal hin. Faszinierend. Oh. Die Blume. Gefunden. Den nehme ich gleich mal mit. Die Blumen Inventar. So. Ich glaube nicht, dass wir hier ins dunkle Wein gehen sollten. Oh. Okay. Nehmen wir rote Pflanzen. Können wir auch mal mitnehmen. Wir föhren uns hier noch. Haben wir nicht mitgenommen. Okay. Was wir wahrscheinlich schon getan haben. Ich esse jetzt erstmal was. Viel Spaß. Äh. Ja. Danke. Und guten Hunger. Ähm. Ich weiß nicht, ob du es noch schaffen wirst. Zurück zu kommen. Ich spiele auch nur noch ein halbes Stündchen. Also. Vielleicht schon eine gute Nacht. Wenn du nicht da noch vorbeikommst. Und wenn nicht super schnell ist. Dann. Ja. Am Freitag wird erstmal Sea of Thieves gespielt. Kannst du auch in dem. Kannst du auch in dem. Hier Zeitplan. Ich hab einen Zeitplan. Also genau. Auf meine Kanalseite gehst du hier auf Twitch. Und da mal. Da siehst du was die Woche so läuft. Was bei mir gestreamt wird. Schon eingetragen. Immer für die Woche. Verständlich. Schau auch gerne mal die Woche wieder rein. Das wollte ich nur sagen. Und danke für den Follow. Danke fürs dabei gewesen sein. Lass auch gerne einen Lurk da. Ja. Bringt zwar nichts. Aber. Ausrufen sich einen Lurk in den Chat. Und. Ja. Einfach PC anlassen. Bildschirm anlassen. Bringt mir was. Hab ich einen Zuschauer. Der hoffentlich von Twitch gezählt wird. Und ich hab mich im Wald verirrt. Sehr schön. Ich hab mich im Wald verirrt. Sehr schön. Da komme ich nicht lang. Doch von da bin ich gekommen. Da gab es die roten Ströcher. Gehen wir mal durch die gelbe. Hier waren die gelben. Noch mehr gelbe Doom. Sehr schön. Okay. Ich will hier weg. Ich glaube hier waren wir nicht. Hier sind wir gekommen. Wenn nur die roten Ströcher sind. Hier vielleicht. Null. Gibt es die Rundenfahrt wo wir lange gehen können. Null. Gibt es die Rundenfahrt wo wir lange gehen können. Oh. Sehr schön. Jetzt haben wir die gelben Blumen. fucken.